Say it clear! Refugees are welcome here! Ich möchte mit euch reden, und zwar unsere täglichen Gespräche mit Betroffenen in verschiedenen Lager in Griechenland. Man berichtet über unmenschliche Situationen, man berichtet uns über katastrophale hygienische Zustände, Angst und nicht wissen, was danach kommt. Mit Corona hat eine andere Dimension von Unsicherheit innerhalb der Geflüchteten in Griechenland einen Angstzustand ausgebrochen, für die eigentlich nicht mehr ein ruhiges, besseres Land zu finden, sondern es geht um Überleben. Schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Man fragt sich, wieso ein Land wie Deutschland heute auf dem Mond für die Saisonarbeiter sich öffnet, wunderbar innerhalb von Tagen 200.000, 250.000 Landleute aus fünf Kontinenten herierbringen kann, aber nicht schaffen kann, einige Tausend in Notsituationen in Deutschland oder in anderen Ländern aufzunehmen bzw. zu organisieren. Deshalb möchte ich mal sagen, die Leute sind besorgt, die Leute fühlen sich verlassen, die Leute fühlen sich als vergessen und das macht sie noch ängstlicher und das macht sie noch unsicherer in unsere täglichen Gespräche. Ich möchte hier Kuss auf Fazi und Dari an geht es. Die Menschen in England werden mit einem anderen Weg zu erzeugen. Liebe Damen und Herren, in der Yunnan oder in allen anderen Ländern, diese Gemeinschaft, die heute hier ist, ermöglichen. Sie wollen, um die Situation zu ermöglichen, um die Menschen und nicht zu schaffen, und in einem anderen Ländern in Europa zu ermöglichen. in Berlin oder in anderen Ländern. Wir wissen, dass wir sehr gut sind. Aber wir wissen, dass wir all unsere Selbstständigen tun, bis Sie die Menschen besser und ruhig sein können. Vielen Dank! Vielen Dank! Alle, die bis jetzt hierher gekommen sind, die Leute haben Sorge um ihre Familienzusammenführung, um ihre Familien, Geschwister, Männer und Frauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nach mir spricht Katja Riemann, unsere Künstlerin.